Parody. Der lachende Dritte heißt die neue Episode von Jansky. Schauen wir doch mal, was Herr Jansky vorbereitet hat. Moin Moin Leute. Moin Moin Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge fährt Marco Relikos, Kletten fährt in eine Straßensperre und Jannis nimmt eine Abkürzung. Kein Sprit mehr. Oh. Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Das schaffe ich nicht mehr. Oh Gott, ey, wie der Elo verschwendet. So viel geschätzt. Ja, es ist vorbei. Kann ich's machen. Oh nein, Lascha. So, go Bentley. Mach Bentley-Sachen. Oh nein, Lascha. Alter! Der Blick dazu. Ich glaube, ganz ehrlich, das sah so aus, als hätte Sascha damit auch nicht gerechnet, dass das funktioniert. Können wir das nochmal sehen? Oh nein, nein, nein. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Uiuiui. Beim, als mein Hirn sagte, ich probier's, hat meine andere Gehirnhälfte gesagt, Fehler, Fehler, Fehler. Die werden sich auch immer nicht einig, die Gehirnhälfte. Oh nein, hier ist er. Yellow Flag. Guck mal, was ihr mit mir angestellt habt. Oh. Wir haben T1 überlebt. Runde 1 fand ich. Jetzt kann es ja nur noch schief gehen. Ja, ich will ja nicht sagen, dass ich es schon wieder gesagt habe, ne? Aber ich habe es gesagt. Ich weiß nicht, warum mir das ständig passiert. Ich bin einfach, dieses Content-Nasen-Ding ist in mir verankert, Jens. Ja, ich finde das übrigens wirklich nicht so schön, Blätten, dass wir jetzt nicht mehr die Möglichkeit haben, miteinander als Content-Nasen loszufahren. Du hast uns einfach, nach dem erfolgreichen Rennen auf Le Mans, hast du uns einfach abgestoßen. Meine Gefühle sind ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich kann die Liebe nicht mehr spüren. Das riech ich. Seid ihr bereit für Content? Nein, nicht in mich, nein, nicht in mich, nein, warum in mich? Warum in mich? Ihr Schweine! Warum in mich? Ach, Mann, ich bin extra einmal ausgewichen. Ihr Schweine! Mann, es ist Regen. Pass doch mal bitte in T1 ein bisschen auf. Hä, ist doch egal. Also, wenn ich die drücke spiele, ist das ein bisschen... Ha, 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 ha. Ha, 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 ha Ich schalte ihn jetzt in die Seite. Es funktioniert ja noch immer wieder, ne? Alter, Blätten seine Reaktionszeit auch einfach, ne? Weiß ich nicht. Also, Schnecke? Guck mal, hier sieht man das schon. Immer noch nicht auf der Bremse. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Fährt auf die Ideallinie zu. Fummelt sich sogar noch im Gesicht rum. Blätten einfach den Tag auf Baldrian gewesen. Also wirklich, Blätten einfach auf Baldrian so. Auf ganz entspannt, Leute. Ganz entspannter Strim heute. Du, Baldrian kickt rein. Was soll schon passieren? Ey, wenigstens hat er dir geholfen beim Umdrehen. Ich kann das nicht mehr. Digga, der fährt einfach rüber, wenn ich neben ihm bin. Das muss doch nicht sein. Okay. Kriege ich schon ein bisschen Flashbacks an SAO Barcelona. Eine sehr ähnliche Situation damals gewesen. Das war übrigens nicht der mahnende Finger. Ne? Das möchte ich hier nochmal kurz sagen. Was mache ich hier denn? Das fragen sich alle. Ui. Okay, ich habe mich ein bisschen verbremst. Philipp hat mega mitgespielt. Jetzt muss ich gucken, ob ich schneller kann. Jetzt muss ich komplett pushen. Sonst ist mein Teammate sauer auf mich. Ist er da nie? Dreizehntel. Er wird weaven. Ich muss ready sein. Er hat keine Chance. Niklas wird der dritte sein, der sich freut. Ach Digga, aber gebe ich die Scheiße jetzt zurück? Er fährt mir komplett in die Karre. Mann, das nervt. Was mache ich jetzt? Wir waren halt noch im Zweikampf. Ich habe gecuttet, aber der hat sich hundertprozentig verbrennen müssen. Ich kann ihn nicht durchlassen. Niklas ist direkt dahinter. Niklas, mach das gleich. Ohhhh. Ich vermisse dieses Auto. Ich bin so traurig darüber, dass Bentley nicht mehr da ist. Ich hoffe, sie kommt nochmal wieder. Schöner Fight. 5 Sekunden bekommen. Alles geplant. Junge, war das ein schlechtes Rennen. So unfassbar schlecht gefahren. Oh, es trifft jetzt. Bitte. War das Runde 1? Ja. Das habe ich mir ehrlicherweise anders vorgestellt. Entschuldigung, Leute. Ja, ich habe das Heck verloren. Und da bin ich ja in den George reingerutscht. Scheiße. Hauptsache Jansky im Chat gibt es ein neues Visado-Layout. Schön nochmal rein in die Wunde. Gibt es ein neues Visado-Layout? Und da bin ich ja in den George reingerutscht. Scheiße. George, was war das denn? George hat langgefallen. Er ist ja nicht schuld. George ist ja nicht schuld. Das war ja mein Ding. Okay. Mein Gott, bin ich schlecht. Hallo? Bleib mal hier mit deinem Auto. Bruder, ich habe Windschatten. Das heißt, dass ich rankommen muss. Rein der Sacedon. Machen die da schon. Ey, das sind schöne Fights. Muss man sagen. Boah, kann der Honda nicht mithalten? Du bist so ein Hawkman. Wirklich. Du bist so ein Hawkman. Wirklich. Tink, tink. Junge, er ist aufgesetzt. Ich bremse auch noch komplett ab. Oh, Junge, heute ist aber nicht mein Tag. Ich bin nicht gerade von P16 in den ersten zwei Kurven auf P7 vorgefahren. Einfach komplett entsorgt, Alter. Oh, man. Misano. Misano enttäuscht nie. Na fahr doch nicht los. Was stimmt denn nicht mit dir? Naja, er wollte halt los. Er hatte groß. Oh, wisst ihr, das Schöne an der ganzen Sache ist, halt wirklich, wenn wir mal so in uns gehen, haben wir alle schon mal so ein Ding gemacht. Im falschen Moment aufs Gaspedal gedrückt. Das haben wir alle schon mal gemacht. Alle. Du. Ich. Alle. Ach, Jansky hat wieder... Jansky hat nicht enttäuscht. Jansky hat nicht enttäuscht. Ich habe gelacht. Und das ist wichtig. Unrichtig. Oh, blätten sogar schon kommentiert hier. Blätten einfach unter jedem Bild dabei. Die alte Contentphase.